Ich möchte euch etwas über meinen Hund erzählen. Meine Schwester und ich wollten schon immer einen Hund, aber Mama und Papa haben immer Nein gesagt, weil wir uns um den Hund ja nicht kümmern würden. Irgendwann sagten sie Ja. Juhu! Also suchten wir nach einem Hund. Wir haben viele Hunde gesehen und haben uns auf einen Hund geeinigt. Doch dann kam es. Mama und Papa wollten auf einmal einen kleinen Hund. Dann suchten wir einen kleinen Hund und fanden auch einen. Da war sie. Sehr verspielt, sehr klein und so weich. Wir haben lange nach einem Namen gesucht und dann nannten wir sie Emmi. Jetzt ist sie schon ein Jahr alt und hat nur noch weiches Fell am Kopf. Ich habe einen Mann, der noch nie im growl sein werden. Vielen Dank. Vielen Dank.